So, hallo mal wieder bei Monster Hunter Curse. Wie ihr seht, bin ich jetzt immer als Katze da. Und zwar, weil ich habe hier die erste Quest, wo ich ein richtiges Monster treten muss mit der Katze. Es gibt ja diese reinen Katzen-Quests, so wie hier die. Ich weiß nicht, ob das ein großer Makao ist, aber ich glaube schon. Aber ich dachte, nimmst du das auch mal auf? Eigentlich wollte ich mal so die Sachen halt freischalten auf der Farm, aber dann kommen doch noch hier anscheinend große Monster. Da ist plötzlich eine Frage aufgekommen. Ja genau, das ist die Farmhute für den Vulkan. Die habe ich nur notiert, weil ich es nicht vergessen hätte. Aber Vient hat es schon beantwortet. Wir stellen was essen und dann geht es auf zum großen Kopf. Schau mal, ich bin das hier. Da unten. Ja genau. So bin ich. Kleiner Schneemüll. Aufsache, der Netzwerk ist erfüllt. So, auf geht's. So, ich bin gespannt. Ah, ja. Der große Makao. Den habe ich sogar, glaube ich, schon mal gemacht mit der Katze. Hatte ich noch gar keine Rüstung für die und keine Waffe. Sondern es ist nur die Standardwaffe halt. So, auf geht's. Da das Nette ist auch, wenn man keine Items benutzen kann, hat sie automatisch auf der Karte angezeigt, das Monster. Ja, ich habe immer noch keine Skills hier eingetragen irgendwie. Ich muss schon machen. Ich weiß ja nicht genau, wie das fehlt. Aber einfach, ich kann mich mit einer ganzen Menge an Skills ausrüsten. Wo ist immer Chaos? Ich weiß nicht genau, was da an die Quest ist. Ich kann das nicht da. Doch, 0 von 1. Okay. Also nur ein Film. Ich dachte schon, dass es so eine Marathon-Quest sein könnte oder so. Weil da in der Textbescheidung jetzt im Dorf stand doch keine Zahl dabei. Normalerweise sind keine andere Zahl. Nichts, nicht mehr. Nimmst, nicht mehr. Ach. Es ist nicht mehr Wichtig. auch schocken nice woa woes woes woe 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 wo 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 Oh. 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 Aua. Böses Tier. Wir haben Damage-Bach bekommen von einer Katze. Das ist ja zu rund. Deswegen spielt das wieder. Nein, ist auf den Terrier gehauen und ist einfach da rund. Yeah! Ich geh voll ab mit der Katze. Aber du bist ein einfaches Monster. Hau ab! Das ist kein Schock. Ja, hier kann ich mich jetzt nicht heilen zum Beispiel. Das ist das Negative an einer Katze. Gibt es auch so Skills, aber ich habe halt nichts ausgerüstet. Wie man weiß. Wie man sieht. Den kann ich eigentlich benutzen. Unten sieht man so den Ausdauerbalken sozusagen. Das heißt, ich brauche fünf von diesen Kästchen, um diesen Skill zu aktivieren. Wir haben es halt. Kostet halt nur zwei von diesen Kästchen. Deswegen zieht er auch alle diese blinkenden Leiste. Was man verbrauchen würde. Ah, dieses reicht halt nicht aus. Ich weiß nicht, ob man nur das Leveln den erhöht oder wie das ist. Ich weiß nicht, was der da gerade jetzt bleibt. Ich hab schon wieder abgenommen. Ach, das ist mein Skandal. Was soll das? Oh, es gibt halt auch Skills, ab denen man es scheinen kann. Ah, die Fressen. Ich verstehe das alles muss oysters, bitte. Da sind jetzt ich halt so. Das war's für heute. 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 Das Haseln ist weg. Das war's für heute. 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 Nice. Das ist cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Mal schnell nach. Ich hab da nämlich eine gute Seite gefunden. Ach egal. Das musste ich jetzt nicht damit aufnehmen. Danke fürs Zuschauen. Ja. BYE BYE